Das ist Marion. Sie arbeitet in einem Unternehmen, das täglich eine wachsende Flut an Post managen muss. Briefe, Angebote, Mailings und vieles mehr. Das bedeutet nicht nur unzählige Dokumente erstellen, drucken und versenden, sondern sie muss die Post auch falzen, in Kuverts stecken, frankieren und schliesslich auf den Postweg bringen. Das kostet viel Zeit. Marion hat eigentlich andere, wichtige Sachen zu tun. Das bleibt aber meistens auf der Strecke, weil das Postmanagement fast ihre ganze Zeit und Konzentration in Anspruch nimmt. Anstatt das Büro zu organisieren, ihren Chef zu unterstützen und wichtige Termine wahrzunehmen, muss sie sich um Adresslisten, Materialbeschaffung, Vorlagen, Papier nachfüllen und Etikettieren kümmern. Damit ist jetzt Schluss. Machen Sie es wie Marion. Geben Sie Ihre Drucksachen einfach uns. Wir kümmern uns um den optimalen Druck und Versand. 100% sicher, zuverlässig und diskret. Marion ist begeistert. Endlich hat sie wieder Zeit, das Büro richtig zu führen und den Kopf frei für wichtige Dinge. Lassen Sie doch auch einfach Ihre Korrespondenz drucken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017